Willkommen zur Woche 11 vom Frequent Traveller Weekend Update. In der heutigen Ausgabe geht es zum Beispiel um den Punktekauf bei Marriott, Punktekauf bei IHG, Punktekauf bei Finnair und zwar ein Resümee in diesem Fall von Finnair selber mit Zahlen, Fakten und Daten. Dann für uns, die wir mögen mit Singapore Airlines zu fliegen und lieben zu fliegen, gerade in der Sweet Class oder in der First Class, gibt es ein Denfer. Die werden weiter ausgesetzt, mindestens bis Februar 2022. Airbus bleibt auch nicht verschont bei Zulassungsproblemen. Der 321XLR verzögert sich bis 2024 wahrscheinlich. Also, das sind so einige Themen, die euch heute erwarten. Aber wartet bis nach dem Intro. Gebt mir erstmal ein Like, Daumen hoch oder ein Dislike, wenn ihr den Beitrag gesehen habt. Wenn ihr ihn mögt, dann helft ihr natürlich, unseren Kanal weiter zu wachsen, zu lassen und natürlich auch Subscribe nicht vergessen, damit wir immer größer werden. Natürlich auch für euch zum Vorteil, damit wir weiter und besser für euch berichten können. Ja, dann geht es doch heute direkt wieder ins Thema rein. Nachdem ich ja in Südafrika war, da ein bisschen unterwegs war, gibt es heute das Update vom Weekend. Und leider an einem Sonntag und nicht wie einem Samstag. So ist es manchmal im Leben und auch nicht live aus Johannesburg wie der Letzte. Aber lasst uns direkt einsteigen in SAS Gold. Ja, SAS-Status-Promo, Gold-Promo mit zwölf Segmenten, die man fliegen muss. Kann man irgendwie so zwischen 600, 800 Euro eher fliegen, wenn man denn das Ganze optimieren möchte. Und das ist dann ein Starlines-Gold-Status. Es gibt nämlich vierfache Status-Punkte und Status-Segmente. Leider sind die Status-Punkte nichts wert, außer für den Status. Also man kann da keine Prämien-Mail oder Prämien-Flüge für einsetzen, dass man damit dann irgendwie weiterkommt. Status-Segmente natürlich auch nicht. Aber das Schöne bei SAS ist ja, dass man auch über die Segmente in den Vorteil von einem Status kommen kann. Nicht nur bei Silber, sondern Gold. Aber auch den Diamond könnte man dann erfliegen. Aktions-Zeitraum ist ab 1. April. Das heißt also, ihr habt noch etwas Zeit, um euch zu positionieren. Und geht dann aber auch nur Mai und Juni. Also das heißt, wir haben diese drei Monate, April, Mai und Juni. Da könnt ihr das dann für euch machen. Die Status-Gültigkeit ist immer so geregelt, dass der angebrochene Restlauf von dem, was ihr da habt, weil wenn ihr euch anmeldet, fangen die zwölf Monate an zu laufen. Ist also nicht jährlich, wie zum Beispiel bei Lufthansa-Malz im Moor. Dann könnt ihr ganz einfach diese von da aus dann maximal 24 Monate mit dem Gold-Status bestücken, wenn ihr es optimiert und clever macht. Also insofern da einfach mal schauen. Restlaufzeit plus mindestens zwölf Monate. Heißt also nochmal ganz klar zusammengefasst, mindestens zwölf Monate oder 24 Monate ist der Status gültig. Ja, was gibt es zu beachten bei der Promotion? Es gilt nur auf Flügen mit der SAS. Das heißt also, oder weitere. Also ihr müsst da ganz klar dann halt mit SAS fliegen. Nicht mit der Lufthansa, nicht mit anderen Starlines, weil da gibt es zwar auch die Status-Milen, beziehungsweise die Meilen, die es für die Tierpoints gibt und so weiter, aber nicht in der vier-vierfachen Version für die Segmente. Also insofern immer auf SAS buchen. Es macht ja auch Sinn. Die wollen natürlich auch das Geschäft für sich selber verbessern. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, dann bräuchte man rein theoretisch, wenn wir uns von den Segmenten her das mal anschauen, wie viel man normalerweise braucht, braucht man für den Goldstatus 45 Segmente. Und ihr habt jetzt festgestellt, ja, vierfach, teile ich durch vier. Das sind dann einfach halb, halber, dann mindestens zwölf Stück, die ihr fliegen müsst. Und was kann man machen? Man kann innerhalb von Schweden, Norwegen und so weiter fliegen. Das sind die günstigsten Segmente, die man bekommen kann. Heißt also, wenn ihr diese holt, dann habt ihr ein Segment für 50 Euro. Ist natürlich da also mit etwas Zeit verbunden und man muss dann wirklich auch in Schweden oder in Norwegen vor Ort sein. Ist mit den kleinen Maschinen. Aber ist ja auch ganz lustig. Was gibt es zu dem Status zu sagen? Ich selber als ehemaliger Sassgold, weil ich ja jetzt Senator bin, ist es so, dass der Status eigentlich nicht nur einfach zu erreichen ist, sondern jetzt noch einfacher zu erreichen ist. Und für den Zweck, den ihr braucht, wenn ihr wirklich damit nur in die Lounge wollt oder aber da eine bessere Abgeltverfügbarkeit haben wollt, bei der Lufthansa-Gruppe zum Beispiel, dann macht es durchaus Sinn. Und ist auch einfacher zu erreichen als der Senator-Status. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, denkt dran an die drei Monate. Wer uns heute beglückt hat mit einer Aussicht auf seine Promotion oder einem Ausblick, Einblick, wie nennt man das einfach, von Finnair, die hatten halt den Sale im November 2022. Da habe ich auch zugeschlagen. Habe 300.000 Punkte gekauft und habe 75.000 Tierpoints bekommen. Das waren also fast mit 80.000, die man braucht, der Gold-Status. Bin aber selber mittlerweile Platinum, aber ohne die Punkte umzuwandeln. Und Finnair hat uns damals mal so ein bisschen Einblick gegeben. Man konnte ihm so für ungefähr 1.150 Euro den Status dann erkaufen. Also den Sapphire-Status, was die Goldkarte ist. Und diese hat man dann über den Weg, dass man die Plämien-Meilen umgewandelt hat in Statusmeilen, die fehlten, konnte man das dann einfach machen mit dieser Ratio und konnte auch rein theoretisch da auch den Platin-Status sich holen. Mit den Meilen war in meinen Augen aber zu teuer. Ich bin selber dann erflogen. Und Finnair hat uns da halt ein Insight gegeben und sie haben gesagt, das wäre der erfolgreichste Verkauf, den sie je hatten. Und damit ihr mal eine Zahl gehört habt, man hat gesagt, dass 3.000 Mitglieder von diesem Angebot gebraucht haben und haben 72.000 Prämienpunkte im Durchschnitt gekauft. Dann könnt ihr ausrechnen, wie viel Geld die damit gemacht haben. Und es wird wohl bei den Sweetspots gelegen haben, wo man halt die Meilenwerte erhöht bekommen hat. Und Finnair hat gesagt, The November Points Campaign was our most successful ever by some distance and showed that members are very hungry to invest in future travel and status despite the current situation. Das heißt also, Finnair sagt ganz klar, dass Status, aber auch Reisen einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Moment immer noch haben, obwohl durch die Corona- und die Covid-Pandemie die Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Und das zeigt auch das, was ich sage, die Leute wollen reisen. Da einen kleinen Schwenker nochmal zur Eurowings. Die haben ja auch festgestellt, dass Mallorca, aber auch die Balearen, andere Ziele, die nicht mehr jetzt eine pandemiebedingte Quarantäne bedeuten, dass man da dann jetzt die Leute wieder vermerkt in Urlaub fliegen sieht. Und das ist natürlich etwas, was das unterstreicht in meinen Augen. Was nochmal bei der Finnair sehr schade ist, ist einfach, dass die Finnair da nicht gesagt hat, ob sie das wiederholt, weil vielleicht wäre es für den einen oder anderen ja noch interessant, das Ganze zu machen und mitzunehmen. Das Einzige, was die Finnair bei dem Status bis jetzt gemacht hat, ist bei mir zum Beispiel der Zeitraum zum Sammeln verlängert. Also ich habe jetzt irgendwie noch 16 Monate, wo ich sammeln kann, um den Status zu bekommen. Normalerweise sind es ja 12 Monate und er läuft schon einige Monate. Also insofern, das ist das, was bei den Fluggesellschaften und bei den Hotels passiert. Statuspunkte kaufen, werde ich auch gleich nochmal darauf eingehen. Auch vorher noch ein Thema von Airbus und das habt ihr ja im Intro gehört, ist die A321XLR. Das ist ein Fall am Tag, aber was ist das denn? Ganz einfach, das ist die Extended oder Extra Long Range. Das ist die Variante, die über den Atlantik fliegen soll und nur ein bisschen weiter. Das ist ein A321er von außen. Ganz sieht ganz genau so aus. Man erkennt auch von außen relativ wenig die Unterschiede, wenn man da nicht so ein Fetischist ist, wie ich es bin, die Flugzeuge. Und da sind zum Beispiel von 24 Fluggesellschaften sogar 450 Airbusse, A321XLR vorbestellt worden. Und diese Vorbestellung ist halt so, dass diese Flugzeuge